Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Tag 21, 21. Challenge. Mal gucken, was es heute wird. So, 10 Stück sind noch da. Also, eine von den letzten 10. Ich zoome mal rein. Okay, was wird es heute? Out of the box. Out of the box. Okay, mal gucken, wie ich das interpretieren werde. Out of the box. Spannend. Da ich viel unterwegs war mit dem Zug an diesem Tag, habe ich es mal so interpretiert, dass Out of the box ist anders zu denken, anders zu machen als sonst. Also habe ich mein Handy genommen, die Kamera-App geöffnet und habe damit mein Framing gesetzt und habe das Display dann abfotografiert mit meiner Sony. So sind die Fotos entstanden. Und mein finales Foto für diesen Tag ist folgendes. Out of the box. Out of the box. Untertitelung des ZDF, 2020